Ja, ähm, willkommen zu Let's Play Coffee. Ja, hi. Das könnt ihr hier erwarten. Nö, nö, nö. Diesmal redet ihr auch direkt ins Mikrofon, damit man nichts ums Scheiße hört. Mhm, wunderbar. Weil wenn die so reden, dann hört's die kacke an, glaub ich. Nö, ich bin hellig. Also zumindest eher als so. Na, ist doch schön mal so eine Kinder zu haben, dann den ganzen Schild ausuholen und so. So, kann ich mir vorstellen. Guck mal, Peticle. Hm? Was denn? Da, da ist ein. Ey, wie sie es alle machen, ey, das ist unglaublich. Ich hab das Geheimnis gelüftet. Wie macht man das? Wie macht man das? Ist egal. Okay. Los. 3, 2, 1. Go. Ich würde sagen, es schafft jemand, aber nee. Wow, krass. Ich mach mal gar nicht halt. Jawohl, Söder. Ich mach euch alle Grönland. Grönland? Wenn ich lege, also... Es sind, glaube ich, nur noch 11 Prozent. Nein. Der Pro schlägt wieder zu. Und das gleich zu Anfang. Hörst mich doch. Ich kann los wie hoch. Äh, komm, da hättest du wenigstens eine Lücke freilassen können, Ange. Nee. Ich lebe ja noch. ich habe gerade mal schön in mein Brot reingewissen was war das denn? wir haben uns begriffen Henni, seitdem ich dieses Video mit dem Vlog gemacht habe, ziemlich sauer auf mich war er schon immer ich? wie ist mich sauer auf dich? Henni, warum warst du nicht auf dem Fan-Treffen? da war es neben, Quatsch, das ist ja völliger Wurstsinn oh mein Gott henni, 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 henni henni, 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 henni henni, henni, henni henni, henni, henni genügend hm ja, henni.. willkommen zu Labsp Arai hi henni, henni das könnt ihr hier erwarten oh maaan Ey komm ihr seid beide scheiße. Ja du noch mehr. Sagt der Richtige ne? Offiziell. Was? Sagt der Richtige. Ich mach nix und alle verrecken. Was ist das? Fühl dich halt cool. Seit wann bin ich Marki? Fühl dich halt cool. Hm. Fühl dich halt cool. Was macht ihr so in den Ferien? Friedensspirale. Nicht viel. Ich auch nicht. Wow krass. Was? Das einzige was ich vorhabe ist ein Kinobesuch. Ne. Aha. Was? Ja echt mal bitte was? Ein Kinobesuch? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Ein Kinobesuch? Bei welchem Film geht's? Scheiße. Geht's denn? Ich weiß nicht. Kommt keiner. Kein guter. Das ist gut, dass du ins Kino gehen willst aber nicht weiß, Brian. Nein. Ich glaub der Film, den ich am ehesten noch sehen will ist Kingsman. Ach gut. Okay. Jetzt dürften eigentlich keine Decks mehr auftreten weil das fertig gerendert hat. Achja. Ja. Ich hab vorhin auch ein Video gerendert und hochgeladen. Ne Pigel? Und ich nehm heute auf. 25 Minuten Junge ey. Ich glaub das Video so lang wird. Hab sogar auf Twitter gepostet. Zumindest ein Screenshot von dem. Von der Länge und von der Größe. Übern Gigabyte ey. Ach du Scheiße ey. Mit ner Arme keine Festplatte. 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 Ja. Das ist stimmt. Aber kill trotzdem meine ganze Festplatte. Und what the fuck, warum mach ich nicht so alle sterben? Wo ist Marky? Äh. Keine Ahnung. Keine Ahnung? Der muss gelb sein. Niemand ist gelb. Überhaupt ne Farbe. Tschüss. 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 Was? Bitte? Ich würde jetzt gern machen. Wolltest du da durch? Aber ne. Aber ne. Aber ne. Ich bin PK ey. Du bist wie Lord Grey Grey. Ohne Witz. Was? Du wirst nicht mal ahnen wer das ist oder? Mhm. Grimtel. Er hat noch nicht mal das Best of gesehen. Ich glaube auch nicht. Daran kann ich mich ja sogar noch erinnern. Not Grey Grey. Mhm. The feine Harry Potter. Was? Ich lebe noch. 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 Okay. Das hört sich nicht gesund an. Nein. Überhaupt nicht. ganz eng. Ganz eng. Ganz eng. Random sound halt ne. Ich sterbe wegen irgendwas richtig dummen. Das weiß ich schon. Wohl ihr wegen Einleitung. Ich komme mal mit. Ich komme mal mit. Du bist zu spät gekommen. Mittelstück. Du bist zu spät gekommen. Du hast gerade voll falsch gegangen. Aber gut. Das war eure Absicht. Wo bist du denn eigentlich mein Erster? Warum? Ja weil. Ich habe eine volle Star. Ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Was? Alle sterben so on their own. Warte. Ich verstehe. Sterben alle an der behindertsten Ursache. On their own. On their own. On their own. On their own. Was? Also. Ich mache nichts. Und. Ich lebe noch. Okay. Aber ich lebte noch. Hashtag lebten. Er lebte noch. Lebkuchen. Lebkuchen. Rotkuchen. Rotkuchen. Wut? Wut? Ja okay. Okay wenigstens was. Na man. That what moment. When you just think. Wut. Füge hier die Wattom ein. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wirst du eh nicht. Achja. Wollen wir wetten? Nein. Ich meine wir haben auch gewettet, dass ich Glaber auf 100% schaffe. Oh. Das wird auch eine Challenge hier. Glaber. Das ist toll. Du hast den Pickle übrigens. Der Henny hat nicht. Deinen Namen weggepiepst. Im aktuellen Tomodachi-Part. Hä? Er sagte. Ja. Diese 1 Stunde. 12 Minuten. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe mir das nicht angeguckt. Hätte ich gesagt. Es sei nicht rausgepiept. Der Pikiig ganz böse sein. Oh ja. Hat er da meinen ganzen Namen gesagt oder was? Christoph W. Gut, W. ist ja wurscht. Sollen wir nicht immer Windel sagen oder sowas? Ist es ja okay. Solange ich meinen ganzen Christoph Windel. Maria Windel. Ja, Maria. Halt's Maul. Solange ich meinen ganzen Nachnamen sage, dann ist ja in Ordnung. Ich habe ihn ja auch nur durch Zufall rausgefunden. Ehrlich gesagt, das ist ja ziemlich gemein. Boah, Alter. Ist ja ziemlich gemein, wenn ich ihn irgendwo veröffentlichen würde. Was mache ich denn eigentlich? Mittelstück, aber ein großes Mittelstück. Das kann man als Stück bezeichnen. Jetzt bin ich letzter. What the fuck? Das war ich nicht. Sad was du? Was? Saddam? Saddam Hussein? Was will Henni und Dauern sagen? Sad. Ich bin traurig. WTF? 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 WTF wie? Altea! Das ist MLG! Das ist MLG! Das ist MLG! Okay, ist es auch. Das ist MLG 360 No Scope. Wer kommt denn jetzt noch gleich dazu? Ich will das wissen. Wer willst denn wissen? Dann will es halt. Mir egal. Ist denn mein Problem? Eigentlich schon. Wer weiß es denn von euch? Ich weiß es. Ich weiß es. Und sonst niemand. Du nicht? Du nicht? Du nicht? Du nicht? Komm, da komm ich durch. Fuck you, Henni. Fuck you, Henni. Fuck you, Henni. Voll standardmäßig weißt du. Fuck you, Henni. Ich mein, fuck you, Morki kann man nicht toppen. Scheiße. Scheiße. Haben wir das Käse? Haar. Ja. Auch. Eiche Käse vor allem. Boah, ich erinnere mich an ein Gespräch. Ne? Ne? Ich erinnere mich an ein Gespräch. Finde ich auch. Geh weg! Jonas! Geil! Mein Plan ist aufgeregt. Mein Plan ist aufgeregt. Wir beide verrägern im gleichen Loch. Das war eigentlich mein Plan. Wie geil! Das war gar nicht dein Plan. Doch, war's. Traurigerweise wirklich. Mir ist einfach in Erfüllung gegangen, weißt du. So, warte. Warte? Warte? Warte, warte. Warte. Oh Gott, nein. Zuckerwatte. Zuckerwatte! Zuckerwatte! Oh Gott, Photoshop, nein! Geh weg! Oh Gott. Wenigstens hab ich denn einen Punkt bekommen. Danke, Henni muss sterben! Henni muss sterben! Scheiße. Yeah, dankeschön. You had one job! Oh, warte.